Herzlich Willkommen zurück bei Mad Max. Ja, dieses Mal habe ich es richtig gesagt. Ich hatte ja, wie gesagt, nach der letzten Folge eine kleine Pipi-Pause eingelegt und bin immer noch am selben Tage. Und somit noch voll up to date, ne. Und werde jetzt noch drei Folgen aufnehmen. Das wird dann hoffentlich erst mal reichen für dann die kommenden Ferien, ne. Ist wieder ein geiles Deutsch. Und wir haben zum Glück, wie gewünscht, auch hier bei Pink Dingens wieder gestartet, ne. So. Aber jetzt gucken wir mal. Oh, Saint! Goste der Schmerzen kommen! Soon der Skye wird durch windige Terror. Das hat uns gerade gefehlt. Aber wisst ihr was? Ich möchte jetzt gerne... Gastown? Können wir da eigentlich schon hin? Was sollen wir denn in Gastown? Das ist doch viel zu früh noch, oder? Das ist doch viel zu früh. Was müssen wir denn da? Tyrannenpeitsche. Also, ob wir wirklich nach Gastown sollen? Der Tanz mit dem Tod. Hauptmission. Aber das müsste ja auch, äh... Gehört das nicht auch zu der Hauptmission? Hm. Ja, sollen wir es riskieren? Ach, komm. Was haben wir denn zu ver- Alter? Was haben wir denn zu verlieren? Oh, falsch. Wir müssen da runter. Uaaaaaah! Wir müssen da lang, ne? Und checken wir, wenn wir die Kloni-Route entdeckt. Alter, jetzt kommt der Anruf! Boah, bin ich aus dem Nichts gescheißen! He2009 Krass! Alter! Ich will mich aber nicht festhalten! intric! Wo unsere 1 ist nicht, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut! Das ist aber gut... Alter! Was soll ich denn hier den Unterschlupf finden? Jetzt. Jetzt kommen die Typen auf noch. Haben die Kananbesorgen? Aua. So, der steigt raus. Das ist echt. Wollt man da schlagen. Aua. Aber mitten in der Fresse. Ja, komm. Schau rein. Was soll ich denn hier den Unterschlupf finden? Ich sehe doch nichts. Ich bin hier ein bisschen sicher. Ich bin hier ein bisschen sicher. Alter, der dreht einen Augenblick. Ah, diese Stürme, die sind schon geil, aber auch ein bisschen mühsam. Da dauert immer so lange. Na, allöchen. Was hast du denn nun davon? Okay, wir scheinen hier zumindest ein bisschen in Sicherheit zu sein. Ich hoffe, der Sturm geht bald vorbei. Das Auto ist repariert, das ist super. Da kommen ja Typen. Ich nehme mal einen Schub Kaffee, wenn wir schon gestorben sind. Das ist ja wieder ein blödes. Warte, ich trinke mich mal kurz hier. Nicht, dass wir hier noch sterben. Alter, was soll denn das? Wir sind doch dein Schutzmann. Wir haben ja nicht wahr sein. Alter, was? Das Auto, ne? Super. Hallöchen! Ich würde gerne weiterfahren, aber der Sturm, ne? Alter! Das ist unser Auto hier. Ich steige mal kurz hier, Alter. Das Auto ist total ungeschützt. Ich höre nicht nicht. Das Auto spricht, Alter! Ich habe keinen Schutz. Alter, das Auto. Ist der vorbei? Er ist vorbei. Okay, irgendwo da liegt Schrott herum, den holen wir uns jetzt. Weil das gibt immer schön Schrott hier. Zum Sturm. Und oben müsste es sein. Da ist eins. Unten ist eins. Hallo? So. Bäh! Das gibt immer schön Schrott. Das ist der einzige Vorteil am Sturm. Aber wir haben wieder reichlich Wasser verbraucht, deswegen... So was ist ärgerlich. So, die hier machen wir auch noch auf. Alter. Diese Stürme, ne? Die sind schon heftig. Das wäre halt schön... ...wenn die nicht immer so lange dauern würden, ne? Das wäre wirklich schön. Aber gut. So, irgendwo da vorne müsste noch Schrott sein. Da unten. Ja, ja, der Tunnel wird gleich ein Thema werden. Aber erst mal hier... Bäh! Erst mal den Schrott. So. Jetzt müsste hier irgendwo da unten ist noch ein Scharfschütze. Riesen. Wir sind hier also noch im Pink-Eis-Gebiet. Da unten fahren schon wieder Kollegen. So, Riesen da runter. Hier ist Shy. So, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Hier müssen wir ringen. Lecker. Können wir da überhaupt mit dem Auto durch? Wir brauchen einen Schreiber. Wir brauchen einen Schreiber. Wir brauchen einen Schreiber. Da sehe ich auch schon was, was wir auch machen müssen. Oder sollen. Na komm. Oh, das sieht hier aber sehr schmerzhaft aus, da durchzugehen. Alter, wie lahm das Auto hier ist, ne? Wir müssen da lang? Die, glaub ich, zu Fuß schneller. Die, glaub ich, zu Fuß schneller. Die, ne, nicht wirklich. Wir brauchen einen Schreiber. Wir brauchen einen Schreiber. Und Chambokki kommt zur Hilfe. Ja. Ja. Hör auf! Ein neuer Feind. Alter, das sind aber einige. Na, ganz ruhig, da kommt alle dran. Hier müssen wir nur zu wuldig sein. Da kommt ihr alle meine Wut zu spüren. So, an die Wand. Ich glaube, ich gehe erst mal hier lang. Na, wo denn? Alter. Das ist aber ganz schön, schön schnell hier. So, jetzt bin ich wütend. Alter, ich bin noch voll kalt. Na, wo denn? Nur nicht lange warten, Alter. Ich habe keine Geduld. Hast du gedacht, ne? Kannst du mich hier einfach anrennen? Aber die sind ganz schön flink, die Kerle. Das ist aber gemein. Zwei gleichzeitig angreifen. Alter, jetzt ist aber genug. Alter, jetzt reicht's. Alter, wie schnell die sind. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, jetzt ist es aber gut hier. Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Die haben mich jetzt ganz schön am Leben gezerrt. Krass. Komm. Krass. Krass. Dann nehme ich den letzten Schluck Wasser. Ich hoffe, wir überleben das. Da kommen wir nicht durch. Achso, hier muss ich aufmachen. Na gut, dann... Da leuchtet was. Da hinten sind Typen. Schön, dass wir uns an denen angesehen haben. Nur, was bringt das uns jetzt? Lass mal hier. Kiste auf. Guck. Ja. Und jetzt? Komm, geh hoch. Na los, Junge. Das ist also der Transporter. Muss, was sie meint. Im Reich der Bestie. Die Suche nach dem Kriegschlepper hat sich ausgezahlt. Jetzt nichts wie raus aus diesem Höllenloch. Das klingt nach vielen Autos. Komm. Komm. Na ja, da werden wir aber nicht rauskommen. Da kann man nicht in dem Auto durch. Aber ich muss da hin. Ich muss, ich kann nicht anders. Ob das eine gute Idee ist? Ich bezweifle es. Ich höre doch jemand laufen. Wo denn? Wo sind sie? Schnell ein bisschen heilen. Oh, ein bisschen ist gut. Alter. Komm hoch. Was ist denn das für einer? Komm, spring doch. Alter, ich wollte schießen. Ich habe ihn gestern nachgelebt. Dabei, 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 mein bester Freund, der sich anschließt. Dabei, dabei, ich habe ihn gestern Nacht versehen.